Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch eingetzt gut, ihr seid alle gut in dieses Wochenende reingestartet. Momentan traden wir ungefähr 19.200 US-Dollar. Wir sind wieder etwas zurückgewiesen worden, die 20.000 US-Dollar wurden nicht mehr erreicht. Jetzt geht es erstmal darum, wo werden wir jetzt im Endeffekt jetzt übers Wochenende landen. Wird es ein langweiliges Wochenende, auf was sollten wir achten, das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Ansonsten am Ende vom Video werde ich die Bitbox noch verlosen. Ist schon alles hier oben gespeichert, ich werde es dann am Ende des Videos auslosen. Und der Gewinner soll sich dann einfach privat irgendwie bei mir melden, Telegram etc. Und wenn wir schon beim Thema Telegram sind, viele haben es vielleicht schon gesehen. Ich habe unten die Telegram-Gruppe ein bisschen abgeändert und zwar gibt es eine neue Telegram-Gruppe von mir. Eine neue Talk- und News-Gruppe, das hat sich jetzt einfach ergeben. Kein böses Blut oder sonstiges. Deswegen einfach neue Telegram-Gruppe, wenn ihr Bock habt, joint da einfach rein. Krypto-Manu-Talk, News-Channel, wenn ihr Bock habt, es sind schon 98, sind schon rübergekommen. Also wenn ihr Bock habt, einfach wieder ein bisschen mehr Austausch. Ich bin da auch deutlich, deutlich mehr aktiver und so. Bot ist alles schon installiert. Also wenn ihr Bock habt, schaut da einfach gerne, wobei Link ist unten in der Videobeschreibung. Beziehungsweise ich pin es dann auch nochmal in den Kommentaren an. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir starten, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt. So, jetzt aber genug Eigenwerbung gemacht. Jetzt geht es an die Charts. Vier-Stunden-Chart. Momentan die vier Stunden E-Mail-Ribbons erst durchbrochen, jetzt wieder als Widerstand. Zwohner der SMA, Zwohner der EMA haben wir ja gestern schon im Video drüber gesprochen. War dann einfach doch ein bisschen zu viel Widerstand hier oben. Also, wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, diese 3%, die wir hier immer sagen, wurden nicht ganz erreicht. 1,5%, deswegen immer so 3% Luft. Wäre vielleicht sogar ein ganz guter Short-Entry gewesen. Mir war es trotzdem zu riskant. Hat den Aspekt, wir gehen jetzt mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart. Wir hatten hier noch sehr, sehr viel Volumen. Das habe ich euch ja, glaube ich, gestern schon im Video gesagt. Wäre einfach das Wunschszenario gewesen. Okay, wir gehen hier einfach nochmal ein bisschen drüber, holen uns diese Liquidität und gehen dann runter. Dann wäre es ein perfekter Short-Entry für mich gewesen oder zumindest so gleiche Höhe. Bin da aber nicht reingegangen. Momentan schiele ich dann sogar wieder eher ein bisschen nach einer Long-Position. Hat den Aspekt. Klar, wir hatten jetzt diesen rasanten Pump und alles, was wahrscheinlich sehr, sehr viel durch die ganzen Short-Squeezes entstanden ist, die sich natürlich vor den Inflationsdaten hier komplett angesammelt haben. Wir haben kein höheres Hoch gebildet. Also hier, dieses letzte Hoch lag bei ungefähr 20.072 US-Dollar. Wir sind nicht ganz an die 20.000 US-Dollar gekommen. Das heißt, an der Struktur an sich hat sich überhaupt nichts geändert. Wir sind weiterhin in einem absoluten Downtrend. Wir hatten jetzt mal einen kurzen Short-Squeez. Trotzdem, theoretisch ist alles noch nach unten gerichtet. Jetzt mal kurz das FIP angezogen hier. Golden Pocket liegt bei 18.800 bis 18.600 ungefähr jetzt mal circa grob. Passt auch hier mit so einer ehemaligen Widerstandszone, die dann hier zu Support werden würde nochmal. So, die Frage ist, jetzt gehen wir überhaupt zu tief nochmal. Wir haben nämlich davor noch eine Menge, Menge hier Konsolidierungsphase bzw. Support Area, weshalb ich mir sogar vorstellen kann, dass wir nur in den Bereichen der 19.000 bzw. waren wir jetzt schon bei 19.050 oder 51, dass wir sogar hier schon wieder unseren Bounce dann kriegen könnten. Vom RSI haben wir am 1-Stunden-Chart noch minimal Luft nach unten. Schauen wir uns nochmal den 4-Stunden-Chart an. Da haben wir doch noch ein bisschen mehr Downside-Potenzial, was dann wiederum mehr für das Golden Pocket sprechen würde. Ich bin mir aber momentan auch noch nicht so wirklich einig, ob ich wirklich schon am 0,5 an eine Long-Position eingehen würde oder erst hier unten beim Golden Pocket. Und was mich halt weiterhin verunseriert, ist einfach dieser Risiko-Rick hier unten, der mit sehr, sehr viel Volumen gebildet würde. Das sind so momentan die Sachen, wo ich ein bisschen abwägen muss, ist es es wirklich wert, hier schon wieder eine Long-Position aufzumachen, weil für mich könnte dieser ganze Impuls nämlich ungefähr hier bei 20.400, 20.500, wo wir immer wieder hier oben zurückgewiesen wurden. Klar, wir hatten unser Fake-Out, das war damals im Endeffekt genau das Umkehr-Szenario von den letzten Inflationsdaten. Vorher sind wir gepumpt vor den Inflationsdaten, sind dann natürlich nach unten gedammt. Nun hatten wir im Endeffekt das Gegenteil am Donnerstag oder Mittwoch, nee, Donnerstag oder was. Wir sind im Endeffekt vorher schon nach unten gegangen, hatten dann nochmal den Rick nach unten und sind dann extrem nach oben hingepumpt. Knapp 2.000 US-Dollar, was natürlich dann auch diesen Short-Squeeze ausgelöst hat, muss man auch dazu sagen. Aber weiterhin übergeordnet gilt einfach diese Range, in der wir uns jetzt schon die ganze Zeit befinden. Ich sage jetzt mal so zwischen 18.000 und 20.500, 20.600. Und das ist auch den Impuls, den ich mir auf jeden Fall noch vorstellen könnte, sollten wir hier wirklich im Golden Pocket nochmal eine Reaktion sehen. Das heißt, wir gehen hier runter, passt auch noch zu diesem kurzen Downtrend, den wir hier gebildet haben. Einfach noch hier runter nochmal bestätigen, dann Richtung 20.400 und dann nochmal, sage ich mal, die Welle nach unten hingehen. Weil nächste Woche ist dann wiederum Fettsitzung, klar, im Endeffekt, was soll viel rauskommen. 0,57 Basispunkte sind momentan einfach eingepreist und ich glaube im Dezember sind es dann 0,5. Also das heißt, es ist ja eigentlich schon relativ vorhersehbar. Die Frage ist nur, nachdem die Inflation jetzt doch schon weiterhin auf hohem Niveau ist, ob sie nicht dann doch nochmal einen Gang zufahren. Andererseits wurde die Inflation jetzt gebremst. Also wie gesagt, wir müssen auch da einfach abwarten, ob was rauskommt, passiert relativ viel, passiert relativ wenig. Da an dem Donnerstag wahrscheinlich, oder Mittwoch ist es, keine Ahnung, muss ich dann gucken im Investing-Kalender, kann ich euch nur empfehlen. Aber das ist jetzt erstmal so mein grober Fahrplan, sage ich mal. Golden Pocket wäre das Wunschszenario, hier dann ein bisschen Unterstützung reinkriegen und dann die Reaktion in Richtung 20.500 US-Dollar. Und da wird sich dann meines Erachtens entscheiden, wie dann auch die Lage ist, ob wir dann doch nochmal diese tieferen Tief sehen. Wo ich weiterhin ehrlich gesagt davon ausgehe, die 17.500 US-Dollar, von denen wir schon seit längerem sprechen, ist einfach noch absolut im Rahmen. Deswegen schließe ich das weiterhin nicht aus, werde aber trotzdem weiterhin akkumulieren. Aber eine größere Long-Position habe ich aufgemacht, die habe ich aber wiederum zugemacht, weil mir das alles doch ein bisschen zu heikel war. Ist dann auch im Plus wiederum geschlossen, aber ich warte da immer noch ein bisschen ab. Also mir ist das alles noch ein bisschen zu heikel, um jetzt hier schon größere Long-Positionen nachhaltig auf jeden Fall aufzumachen. Gut, dann Ethereum, relativ das gleiche Spiel. Also wir halten uns hier ziemlich an Bitcoin, nur hier ist genau das eingetreten, was ich mir eigentlich bei Bitcoin gewünscht hätte. Da haben wir ja auch gestern, glaube ich, darüber gesprochen. Höheres hoch, einfach um die Liquidität darüber zu fischen. Und was hat Ethereum gemacht? Minimal. Ich glaube, 2 Dollar waren es, hier hatten wir das High bei 1.342 und hier hatten wir es bei 1.341. Also minimal ein höheres Hochplus. Wir haben hier diese Ineffizienz auf den Dollar genau noch gefüllt. Also die ist jetzt auch endlich mal weg vom Tisch. Haben wir uns ja auch lange im Endeffekt gewünscht oder immer wieder darüber gesprochen, aber es kam halt einfach nicht so. Und jetzt wurde sie auf den Dollar genau erwischt. Schönes Doppeltop hier im Endeffekt dann noch gebildet. Also hat sehr, sehr gut gepasst. Die Ineffizienz, also das Void wurde hier gefüllt. Momentan haben wir jetzt halt heftigen Widerstand. 200er SMA, 200er EMA. Die 4 Stunden E-Mail Ribbons, die momentan noch grün sind, aber die mit den nächsten 1, 2, 4 Stunden Kennenzen dann langsam geflippt werden sollten. Auch hier habe ich dann erst einmal diesen Bereich um 1.268 bis 1.265. Einfach wegen diesen Tiefs hier nochmal im Blick. Ansonsten wird es wahrscheinlich sehr, sehr schnell Richtung Golden Pocket 1.241.236 gehen. Und das sind auch so die Punkte, die ich mir momentan am ehesten vorstellen kann für eine Long-Position. Aber nicht mit einem Stop-Loss da drunter. Dafür ist das Risk einfach deutlich, deutlich zu hoch. Wir schauen uns das ganz kurz mal an. Das wären 4 bis ich sage jetzt mal 5,2%. Das ist einfach für mich persönlich zu viel. Dann lieber direkt das Golden Pocket, also vorher ein bisschen Long, vielleicht nochmal in der Mitte. Und dann das Risk so ungefähr bei 1% ungefähr belassen. Zusätzlich haben wir natürlich auch da drunter noch eine kleine Supportzone. Die wir auch natürlich noch beachten müssen hier in Form einer 1-Stunden-Demand-Zone in diesem Bereich. Also da muss der Stop-Loss wahrscheinlich dann doch nochmal ein bisschen tiefer. Also bei 2,5%. Werde ich mir aber dann nochmal ein bisschen genauer anschauen jetzt über das Wochenende. Aber für mich ist die Richtung momentan bei Ethereum ein bisschen klarer als bei Bitcoin. Klar, die Korrelation ist auf jeden Fall da. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier auch dieses Golden Pocket treffen müssen. Aber das ist für mich jetzt einfach momentan so dieses wahrscheinlichste Szenario, dass wir wahrscheinlich hier nochmal so einen kurzen Zwischenstand kriegen. Vielleicht nochmal so einen Impuls Richtung 1.288. Und dann hoffentlich ins Golden Pocket gehen. Und dann hier wirklich den Impuls nach oben hinkriegen. Und dann möglicherweise auch hier diese Range dann in Richtung 1.400 US-Dollar möglicherweise nochmal antesten. Buy-Zones wurden gehittet, wurden bei vielen wahrscheinlich gehittet. Hier unten in diesem Bereich haben wir ja schon öfters auch in dem Altcoin-Update-Video drüber gesprochen. So, dann der Blick zu XRP. Ja, hier sind wir perfekt ins Golden Pocket hier oben gekommen. Haben wir auch im... Boah, wann waren das? Vor 2, 3, 4 Tagen mal drüber gesprochen. Oder gestern sogar. Von unserem Low bei 0,44, also bei dem Crash, den wir jetzt im Endeffekt hatten, wenn man dazu Crash sagen kann. Genau ins Golden Pocket hier reingekommen. Also wir sind genau hier ins Golden Pocket reingekommen. Auch hier haben wir das höhere Hoch getroffen. Also ihr seht schon, Altcoins treffen dann doch nochmal ein bisschen eher dieses höhere Hoch als Bitcoin. Was mir ein bisschen zu bedenken gibt. Aber gut, wir haben hier das höhere Hoch auf jeden Fall gekriegt. Schön die Liquidität drüber geholt. Doppeltop dann gebildet. Golden Pocket. Also hier kam eine Menge, Menge Widerstand. Das ist ein perfektes Short-Szenario. Ein besseres kann man eigentlich im Endeffekt hier nicht kriegen. Plus, auch hier haben wir über diese Ineffizienz gesprochen. Und die wurde jetzt endlich gefüllt. Also hier hat sich XRP sehr, sehr schnell erholt von den ganzen Tiefständen. Aber jetzt auch hier erst einmal ein bisschen in dieser Konsolidierungsphase. Um das Bild ein bisschen klarer zu machen. Auch hier kann ich mir zumindest in diesem Bereich erst einmal so einen kleinen Bounce vorstellen. Da, wo ich jetzt auch diese Prozent gemacht habe. Wo wir momentan noch ungefähr 0,6 Prozent entfernt waren. Aber das ist so der erste Support bei ungefähr, ich sage jetzt mal 0,4810. Das ist ja der Bereich, den ich mir für eine Long vorstellen kann. Ansonsten einfach hier unten auch das Golden Pocket im Auge behalten. Hat auch den Grund hier auch eine 1-Stunden-Demand-Zone. Wir gehen mal noch ganz kurz in den 4-Stunden-Chart. Haben wir leider keine Support-Zonen mehr. Aber hier dieser Bereich. Das sind die zwei Zonen, die ich mir auf jeden Fall vorstellen kann für eine mögliche Long-Position. Und 200er SMA, 200er EMA kommen gefährlich nahe hier unten in unserem letzten Tief. Also da kommt auch sehr, sehr viel Überschneidung rein. Aber gut, das sind Sachen, die wir dann ein bisschen längerfristig betrachten müssen. Ansonsten Golden Pocket wurde getroffen. Ineffizienzen wurden gefüllt. Höheres hoch. Perfektes Short-Szenario eigentlich im Endeffekt. Aber gut. Dann noch Chainlink. Wurde es sich noch in den Kommentaren gewünscht? Celo? Celo? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Mache ich da morgen in der Analyse. Habe ich heute ehrlich gesagt nicht mehr vorher geschafft, mir das nochmal anzugucken. Ähm, ja, Chainlink haben wir auch drüber gesprochen. Hier diese Zone, wo wir vorher immer ein bisschen Support hatten. Jetzt als Widerstand. Hier haben wir es zum Beispiel, naja, hier waren wir genau am letzten Hoch. Sieht man hier ganz gut. Minimal am letzten Hoch auch wieder dran. Ein Stunden Chart mal ganz kurz gucken. Auch hier ziemlich gleiche Chartmuster. Höheres Hoch oder zumindest gleiches Hoch. Doppeltop gebildet und dann kam der Abverkauf. Jetzt ziehen wir auch mal hier noch. Einfach zur Vollständigkeit nochmal ganz kurz das FIP. Um hier mögliche Überschneidungen zu sehen. 6,67 Dollar, 6,64 Dollar. Auch mit diesem gelben Abtrend in Confluence. Das heißt, die Zone auch hier behalte ich erst einmal fürs Wochenende im Auge. Auch für eine mögliche Longposition. Um dann, sag ich mal, den Trend mit nach oben hin mitzunehmen. Nur hier müssen wir aufpassen. Wir haben momentan eingestellt die Manfleet Pivots. Damit ich es nicht falsch sage. Der liegt genau beim 0,786. Das heißt, der Stop-Loss muss dann auf jeden Fall, je nach Entry, auf jeden Fall da drunter sein. Und mindestens die 3,25 Prozent auf jeden Fall. Einfach um hier nochmal, sag ich mal, ein bisschen Luft nach unten hin zu haben. Aber wie gesagt, das schauen wir uns dann jetzt so nach und nach an. Gut. Dann losen wir noch ganz kurz das Gewinnspiel aus. Link habe ich hier schon rein. Also könnt ihr euch gerne angucken. Nicht, dass ich hier irgendeine Scheiße erzähle. 0,32 Kommentare waren es im Endeffekt. Ich habe doppelte raus. Ich habe vorher die ganzen Scammer, müsste ich, rausgelöscht haben. Schauen wir mal. Aber müsste raus sein. Gut. Dann los machen wir mal aus. Und gewonnen hat Knubbi. Herzlichen Glückwunsch, Knubbi. Dir gönne ich es richtig. Also freut mich richtig. Danke, top Manu. Freut mich. Also Knubbi, ich glaube, da muss ich es gar nicht weit versenden. Ja, Knubbi, melde dich einfach bei mir. Du bist ja, glaube ich, auch schon in der neuen Telegram-Gruppe drin. Also schreib mich einfach an. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin noch mit anderen, sage ich mal vielleicht, Hardware-Wallets in Kontakt. Vielleicht kommen da auch noch mal zukünftig irgendwelche Gewinnspiele oder sowas, wo ich euch was geben kann. Aber ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Noch ganz kurz News, Binance, Burn, BNB, Hackerangriff. Könnt ihr euch gerne bei CryptoGuru vorlesen. Ich schicke es später noch in die Gruppe. Ansonsten kommt gerne in die neue Telegram-Gruppe. Würde ich mich echt drüber freuen, wieder mehr Austausch mit euch zu haben. Vielleicht auch mehr Charts auf jeden Fall wieder mal reinzuposten. Würde ich mich freuen. Ansonsten herzlichen Glückwunsch, Knubbi. Lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir hören uns dann morgen früh wieder zu einem Update. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.